Hallo, vielen Dank. Ich bin Ferdi, ich bin Conversions Spezialist und arbeite für ein Reiseunternehmen hier aus Frankfurt. Fangen wir gleich an, es sind viel zu viele Folien für die kurze Zeit, also ungefähr alle 17 Sekunden wird es wechseln. Haltet euch fest. Kennt ihr dieses Logo vielleicht? Das gehört zur Singer, richtig? Bekannter ist vielleicht das Spiel, das sie entwickelt haben, das heißt Farmville. Man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, dass ein Spiel, das so lächerlich aussieht, dem Unternehmen vor einigen Jahren einen Jahresumsatz von 1,2 Milliarden Dollar beschert hat. Und das hat es 2011, ein bisschen länger her. Mittlerweile gibt es davon 14 identische Spiele, die ein bisschen andere Namen haben. Noch bekannter aktuell ist vielleicht dieses hier, nennt sich Candy Crush, hat 2016 mit 19 identischen Spielen insgesamt 1,5 Milliarden Umsatz gemacht. Und was diese Unternehmen zur Perfektion beherrschen, ist psychologische Phänomene für sich auszunutzen und Nutzer dazu zu bringen, weiterzuspielen, obwohl es eigentlich in ihrer Position keinen Sinn macht. Nenne ich das mal so. Ich habe so ein paar von diesen Phänomenen mal mitgebracht, die vielleicht ganz interessant sind, die ihr vielleicht auch schon mal kennt und euch vielleicht auch ertappt fühlt, hoffe ich. Das erste nennt sich Endowed Progress. Das ist eine Theorie der Verhaltensökonomie. Künstlicher Forschung erhöht die Bereitschaft der Nutzer weiter zu investieren. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Das ist eine Stempelkarte. Die Idee, die ist, ich weiß nicht wie alt. Also diese Stempelkarte konkret, habe ich vor einem Monat fotografiert. Da geht es noch um Kaffee. 2006 gab es ein Experiment in England. Da wurden in einer Waschanlage zwei verschiedene Arten von Stempelkarten verteilt. Einmal mit 8 auszufüllenden Feldern und einmal mit 10, wo schon zwei vorausgefüllt waren. Das heißt, beide mussten insgesamt 8 Stempel sammeln. Neun Monate später wurde dann geschaut, wie viele wurden denn zurückgegeben. Das waren hier 19 und hier 34%. Ach hier können wir denken, ja, Stempelkarten ist irgendwie so 80er. Aber das ist hier ein Foto von der neuesten Version der Starbucks App. Sieh vielleicht hier unten 7 von 12 Kaffees, noch 5 Sterne und du kriegst den nächsten Reward. Auch von letzter Woche ein Screenshot gemacht. Das ist der Bezahlprozess von Pizza.de. Da ist schon zum Beispiel das Essen auswählen der erste Schritt dieses Prozesses. Obwohl es natürlich eigentlich nur um die Lieferdetails und die Bezahlung geht, ist schon das Essen auswählen offensichtlich Teil dieses Prozesses. Zweite Theorie, die Sunk-Cost-Falicy. Nutzer, die eine Anfangsinvestition geleistet haben, neigen dazu, das Vorhaben fortzuführen. Vielleicht habt ihr den folgenden Satz schon mal selbst gesagt oder schon mal gehört. Lässt sich auch wunderbar auf, weiß nicht, Serien, Essen oder sonst was anwenden. Vielleicht ein Beispiel aus dem Gaming. Kennt ihr vielleicht das Spiel League of Legends? Das ist vielleicht das meistgespielte Spiel der Welt. Aktuell gibt es eine Meisterschaft in der Commerzbank Arena, wo wahrscheinlich mehr Zuschauer kommen als zur Eintracht. Es sieht in etwa so aus und es geht darum, sich mit Freunden oder auch nicht Freunden zu bekriegen. Vor einiger Zeit gab es noch die Möglichkeit, sich Items zu kaufen, um einen Vorteil zu gewinnen. Zum Beispiel diesen schönen gezackten Langdolch für 1100 Spielgeld. Die eigentliche Frage ist jetzt natürlich, was passiert, wenn man einen besseren Dolch findet in dem Spiel. Man hat jetzt gerade Geld dafür ausgegeben. Ein rationaler Spieler sollte denken, okay, scheiß auf den Dolch, ich schmeiße ihn weg, ich habe was Besseres. Aber was wirklich passiert ist, der echte Spieler behält den Dolch sehr viel länger, als es eigentlich gut für ihn wäre, weil er da rein investiert hat. Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob das Geld ist, Spielgeld oder Zeit. Genau deswegen funktioniert auch so ein Spiel wie Farmville, weil wenn man diesen Tomaten erst mal ein halbes Jahr zugeguckt hat beim Wachsen, dann will man sie auch ernten. Und das halbe Jahr ist nicht übertrieben, das ist faszinierend. Als letzte, vielleicht auch schönste Phänomen, Nutzer melden sich an und kommen wieder, wenn sie kontinuierlich von etwas profitieren. Appointment Dynamic, das sind übrigens alles tatsächliche Theorien von Wissenschaftlern, habe ich mir nicht ausgedacht. Kennt vielleicht jemand diesen jungen Mann? Nein. Gabe Newell, es gibt ein relativ bekanntes Zitat von ihm, das lautete Piracy is a Service Problem. Und damit hat er vor ungefähr 15 Jahren das Problem der Spieleindustrie zusammengefasst, das damals mit den ganzen Raubkopien einherging. Gabe Newell ist der, ich weiß nicht, ob immer noch, aber war zumindest mal der Chef von Valve, die ein System namens Steam entwickelt haben, um ein Service Problem zu lösen, das viele Nutzer hatten. Nämlich, wenn ein neues Spiel rauskam, musst du dann zum Mediamarkt rennen, dann wieder nach Hause, um es dann zu spielen. Heute, wenn ein Spiel rauskommt, ist es natürlich längst schon runtergeladen und installiert und du kannst direkt loslegen, wenn es um 0 Uhr losgeht. Gerade haben wir auch schon was von Spotify gehört, die haben im Grunde das gleiche Prinzip, Netflix auch oder Battle.net. Und wenn man mal keinen direkten Zugriff auf dieses Phänomen hat, kauft man sich das ein, wie zum Beispiel hier die Payback-Variante. Genau, ist sehr teuer, aber lohnt sich offenbar auch. Besonders wichtig bei diesem Phänomen ist, dass diese Vorteile kontinuierlich sein müssen. Auch das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Newsletter abonnieren und 10 Euro Rabatt sichern. Ich habe nochmal so eine Umfrage gemacht. Würde es sich 15 oder 25 Euro Rabatt für unsere Newsletter anmelden? Insgesamt bei über 50.000 Nutzern, die es Frage stellt. Und die Antwort war, nein. Und zwar zu 100% nein. Also, würdest du wirklich mit deiner richtigen E-Mail-Adresse und so weiter. Deswegen spricht auch Zalando zum Beispiel nicht mehr von einem Rabatt, sondern von einem Universum, was auch immer das sein soll. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, die fast alles machen können, was sie wollen. Wir haben auch gerade schon was von Amazon gehört. Das ist jetzt das erste Beispiel. Die machen zwar sehr viel richtig, die testen sehr viel, die probieren viel aus, aber ich bin mir sicher, dass diese Produktseite nur bei Amazon funktionieren wird, weil sie das den Nutzern aufgezwungen haben und die das mittlerweile können. Würde aber sonst in keinem anderen Shop der Welt funktionieren. Ein anderes Beispiel ist Reddit, ist in Deutschland nicht ganz so bekannt, sieht aus wie von 1984, ist aber eines der größten sozialen Netzwerke in den USA oder war auch mein Lieblingsbeispiel Links Cars aus England. Das ist ein tatsächlicher Neuwagenvertrieb. Angeblich auch sehr erfolgreich, ich weiß es nicht genau. Und zu guter Letzt fahren wir, ihr kennt bestimmt, wenn ihr morgens in der U-Bahn fahrt, anzugtragende Leute Mitte 50, die dieses Spiel spielen. Und ich weiß um Gottes Willen nicht warum. Vielen Dank, das war's schon. Applaus Danke. 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 Danke.